hallo und willkommen zurück zu dead by daylight ja wie man sehen kann wir zocken mit nemesis und dann wollen wir mal mit dieser kleinen wurst hier rumstaltieren ok dazu haben wir jetzt schon jemanden gefunden sehr gut alter lass mich doch mal vorbei du dreckiger zombie was ist denn los mit dir mein gott er steht wirklich steuer im feedback was ist sein problem er steht wirklich da und teabag ne ich geh kaputt ich geh kaputt und ich hab geguckt das ist sogar ein deutscher er hat irgendwas an der 121 stunden oder so das ist schon wieder super gell solche leute fangen hier schon an zu teabaggen wieso wieso ging denn der halt nicht ey komm schon wieso ging denn der halt nicht rein wieso hat denn der halt nicht gesessen oh mein gott die debakt auch was ist los mit denen was ist los mit den leuten warum die becken die haben sie sehr gut gemacht aber egal zum glück habe ich mein ding dabei zum glück habe ich ja wie immer Fäng lässt sich gleich am Hagen sterben, auch gut Keine Ahnung, warum sie jetzt hier auf Karl rumsteht, ich meine, sie hat sowieso keinen Bock Bis so, wie das ein Anschein hat Also wie gesagt, so wie das ein Anschein hat, haben die sowieso keinen Bock gehabt, die Fäng Irgendwo ist da bestimmt jemand gewesen Wer geht noch zurück Ich mag ja sagen, wieso treffe ich die nicht und wieso komme ich jetzt hier nicht weiter Ich wollte schon sagen, da sitzt doch irgendjemand Da haben wir schon mal Stufe 3, da gehen wir wieder hier ran machen So, bitteschön Aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh Ja, Zombie, wen siehst du? Hm. Jenen hast du gesehen, oder die besser gesagt. Na dann, meine Gute. Wen ich aber noch nicht einmal gesehen hab, ist Clou dead, ne? Ah! 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 Schön, wie sie einfach immer so den Paletten umschmissen. Ja, nehm es ist wütend. Okay, wir gehen jetzt einfach an diesen Haken. Okay, sie haben schon wieder abgehuckt und haben schon wieder gerettet. Ich denke mir, auch fast die drei gehören zusammen. Ich denke mir, fast die drei gehören zusammen. Ich weiß nicht, was das für eine Mission ist von denen. Du kriegst gleich eine mit. Hm, man macht nen Nemesis nicht wütend. Sag ich immer wieder. Das tolle ist jetzt, die sind alle dead on hook, ne? Was ist denn ihr... Hä? Sind die alle betrunken? Warum läufen die mir so blind entgegen? Was ist denn los mit der? Irgendwie. Wir gucken, ob wir hinten mal an den Geiselhaken kommen. Sie ist schonmal tot. Okay. Okay. Dann würde ich schonmal sagen, das war's auf jeden Fall. schonmal für die Folge. Oder... Na, was heißt, das war's für die Folge. Ich danke euch auf jeden Fall schonmal fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Und... Genau. Wir gucken einfach, wer die Luke findet. Okay, wir haben sie gefunden. Die Frage ist jetzt nur, wo ist er? Die sind halt richtig schwer einzusehen, gell? Die sind richtig schwer einzusehen, das ist richtig mies für uns. Oh, der scheint wohl da hinten zu sein. Oder? Hab ich das richtig geguckt? Wer ist da hinten? Ja. Ja, okay, dann war's das. Dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein! Dieser scheiß T-Bag-Noob, ähm. Okay, haut da rein! Ja, incapaz. Ja, nein, nein, nein. puede estar y beamos después. Ja, nein, nein. Ja, nein, nein, nein. Ich glaube, es ist richtig vielifer, zu distractorisating Cl落.